In der Schulter vor, machen Sie den Hinterbein, Isabelle, ein bisschen fleißiger. So, hinten fleißig, aber bergauf, bergauf, nicht schnell werden, Isabelle. Na, da immer wieder, genau, dieses Umstellen, da machst du immer wieder ein paar Achten, Isabelle. Rechten Züge wieder nachfassen, so hast du jetzt sehr gut. Mach nicht dein Finger zu, stell deine liebe Faust gerade. So, das war ganz gut, Isabelle. Noch ein bisschen höher, noch ein bisschen mehr hinten dran behalten, Isabelle, aber rund im Genick. Da fehlt der rechte Züge, Henrike, wenn der dir da gegen die Bande knallt, weil er dir über die äußere Schulter wegläuft. Immer wieder aufs Hinterbein draufsetzen, Isabelle. Ja, so, jetzt hinten weiter, weiter, weiter. Versuche ich mal ein bisschen mehr zum Schwingen zu bringen. Du dreiviert sich.